So René, jetzt sind wir in Manchester. Ja, hallo jetzt erstmal nach etwa neun Stunden Flug quer über den Atlantik. Grüße hier aus dem kalten englischen Manchester, einer Kultstadt, in der wir nun auch barfuß gelandet sind. Da sieht man, wo uns unser Weg bei der Bierflieg-Challenge so hinführt. Überall landen wir, kommen wir an und laufen barfuß durch die Gegend. Um den Traum zu versuchen, jetzt warten wir hier noch etwa bis um 9.45 Uhr bis wir dann die letzten anderthalb Stunden zurück nach Deutschland, nach Düsseldorf antreten. So, now we reach Manchester, Great Britain, after around nine hours fly crossing the Atlantic Ocean. Everywhere we go, now we sit here in this traditional old city Manchester, a place for the working people. And we see everywhere, beer feet we can go, everywhere and my feet carry me and show me your places around the world. So we will see that the feet carry me now later back to Germany. And sometimes I hope it will bring us back to Jamaica. So, dann sag ich jetzt, ne, barfuß tragen mit meine Füße überall schön hin. Jetzt erstmal wieder zurück nach Deutschland. Und dann in Zukunft bald wieder zur Bay of Silence nach Jamaika.